Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich dir die Bananenkatze wie versprochen und die beiden Anleitungen sind sich eigentlich ziemlich ähnlich. Für die Bananenkatze brauchst du noch 6 mm Augen. Ich weiß, hier stehen 5 mm, aber ich habe dann gesehen, oh, es waren 6 mm. Und ansonsten alles wie immer. Ich beginne mit der Schale und wie immer ein Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probiere es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der runden Anfang ist und häkelst jetzt in jede Masche eine feste Masche, also eine ganz normale Runde. Dann verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite zwei feste Maschen. Dann eine feste Masche, zwei feste Maschen. Eine feste Masche, zwei feste Maschen. Du hast dann neun Maschen. Jetzt verdoppelst du jede dritte Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten zwei Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder zwei feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du zwölf Maschen haben. Dann verdoppelst du jede vierte Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten drei Maschen jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder zwei feste Maschen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang und am Ende solltest du 15 Maschen haben. Jetzt wird jede fünfte Masche verdoppelt. Natürlich heißt das, du häkelst in die ersten vier Maschen jeweils eine feste Masche und in die fünfte wieder zwei feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 18 Maschen haben. Nun wird jede sechste Masche verdoppelt. Das heißt natürlich, in die ersten fünf Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche und in die sechste wieder zwei feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 21 Maschen haben. Jetzt wird noch jede siebte Masche verdoppelt. Das heißt natürlich, genauso wie vorher, du häkelst in die ersten sechs Maschen jeweils eine feste Masche und in die siebte wieder zwei feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 24 Maschen haben. Dann häkelst du zehn Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Also zehn ganz normale Runden. Jetzt häkeln wir die einzelnen Bananenschalen, aber dafür stichst du diesmal nur in das vordere Maschenglied ein. Das hintere Maschenglied brauchen wir für später. Also hier ist das vordere und da stichst du ein. Und dafür häkelst du in die ersten acht Maschen jeweils eine feste Masche. Dann häkelst du wieder eine Luftmasche, wendest du das Stück und häkelst wieder in die acht Maschen jeweils eine feste Masche. Und das wiederholst du jetzt, bis du insgesamt acht Reihen gehäkelt hast. Wenn du das dann hast, beginnen wir mit den Abnahmen. Und du häkelst jetzt wieder eine Luftmasche, wendest das Stück, stichst in die erste Masche ein, holst dir den Faden, stichst in die zweite Masche ein, holst dir den Faden, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle drei Schlaufen. Dann häkelst du in die nächsten vier Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die vorletzte Masche ein, holst dir den Faden, stichst in die letzte Masche ein, holst dir den Faden, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle drei Schlaufen durch. Dann wieder eine Luftmasche, Stück wenden und jetzt häkelst du wieder in jede Masche eine feste Masche. Dann häkelst du wieder eine Luftmasche, wendest das Stück, stichst in die erste Masche ein, holst dir den Faden, stichst in die zweite Masche ein, holst dir den Faden, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle drei Schlaufen durch. Dann häkelst du in die nächsten zwei Maschen jeweils eine feste Masche und nimmst wieder die vorletzte und letzte ebenfalls zusammen ab. Dann machst du eine Luftmasche, wendest das Stück und häkelst in jede Masche eine feste Masche. Dann häkelst du eine Luftmasche, wendest das Stück, stichst in die erste Masche ein, holst dir den Faden, stichst in die zweite Masche ein, holst dir den Faden, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle Schlaufen durch. Alle drei Schlaufen durch. Dann in die vorletzte einstechen, Faden holen, letzte einstechen, Faden holen, Faden holen durch alle drei Schlaufen ziehen. Dann wieder die Luftmasche, Stück wenden, in die nächsten zwei Maschen jeweils eine feste Masche, Luftmasche, Stück wenden und die letzten beiden Maschen zusammen abnehmen. Dann kannst du eine Luftmasche häkeln, schneidest das Stück ab und ziehst den Faden komplett durch. Jetzt machen wir das nächste Stück und du stichst jetzt direkt neben der letzten Masche ein, die du bearbeitet hast, holst dir den Faden, holst dir den Faden, ziehst ihn durch die Schlaufe und häkelst in diese Masche ebenfalls eine feste Masche. Dann häkelst du in die nächsten sieben Maschen ebenfalls jeweils eine feste Masche, häkelst eine Luftmasche, wendest das Stück und wiederholst jetzt das Ganze, was du gerade eben gehäkelt hast und das wiederholst du jetzt, bis du insgesamt drei einzelne Schalen hast, aber bei der letzten Schale schneidest du den Faden nicht ab. Und wenn du bei der letzten angekommen bist, dann häkelst du jetzt nämlich noch einmal um alle Teile komplett drumherum, in jede Reihe eine feste Masche und wenn du dann einmal komplett drumherum bist, dann kannst du eine Kettmasche in die erste Masche machen, also einstechen, Faden holen, Faden holen, durch die Schlaufe ziehen. Dann schneidest du den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Und jetzt vernähen wir die Fäden von der Schale und dafür nimmst du dir eine Nadel und stichst so ein bisschen zwischen den Maschen durch, sodass man es nicht sehen kann. Ziehst den Faden an, nicht fest, sonst verziehst du da alles und dann kannst du den Faden einfach abschneiden. Jetzt häkeln wir die Katze dran und dafür benutzt du das hintere Maschenglied, was übrig geblieben ist und du nimmst dir jetzt einfach den Faden und hältst ihn da hinten dran und dann stichst du in eines dieser hinteren Maschenglieder ein, das ist nicht wichtig, welches, holst du den Faden, holst du den Faden und ziehst ihn durch die Schlaufe, gehst nochmal in dieselbe Masche rein, holst du den Faden, holst du den Faden und machst eine feste Masche und du häkelst jetzt in jedes dieser hinteren Maschenglieder eine feste Masche. Du solltest dann am Ende 24 Maschen haben. Und dann stichst du in eines dieser hinteren Maschenglieder ein, jetzt hier gehst du noch weitere sieben Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also insgesamt acht Runden lang in weiß. Und wenn du das hast, dann kannst du schon mal die Sicherheitsaugen anbringen und die liegen von oben gezählt zwischen der dritten und vierten Runde und dazwischen liegen circa vier bis fünf Maschen und dann kannst du das Ganze auch schon mal ausstopfen. Dann fangen wir an mit den Abnahmen und du nimmst jetzt jede siebte und achte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten sechs Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in das vordere Maschenglied der siebten Masche ein, in das vordere Maschenglied der achten, Faden holen, Faden holen, durch alle Schlaufen ziehen. Dann häkelst du in die nächsten sechs Maschen wieder jeweils eine feste Masche. Stichst in die siebte vorderes Maschenglied ein, in die achte vorderes Maschenglied, Faden holen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und dann solltest du am Ende 21 Maschen haben. Dann nimmst du jede sechste und siebte Masche zusammen ab. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten fünf Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die sechste vorderes Maschenglied ein, in die siebte vorderes Maschenglied, Faden holen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 18 Maschen haben. Dann wird jede zweite und dritte Masche zusammen abgenommen. Das heißt, du häkelst in die erste eine feste Masche, stichst in die zweite und in die dritte vorderes Maschenglied ein, Faden holen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Dann wieder in die nächste Masche eine feste Masche und in die zweite und dritte einstechen, Faden holen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du noch zwölf Maschen haben. Dann wird jede Masche abgenommen. Das heißt, du stichst in die erste vorderes Maschenglied ein, in die zweite vorderes Maschenglied, Faden holen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. In die erste vorderes Maschenglied, in die zweite vorderes Maschenglied, Faden holen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Wenn du das hast, kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Dann nehmen wir noch das kleine Loch oben zu und dafür stichst du unter oder zwischen den Maschen nach innen durch, kommst drumherum, gehst in die nächste Masche nach innen, drumherum in die nächste Masche nach innen und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Und dann kommst du die Maschen und wenn du das hast, kannst du den Faden festziehen und dann stichst du einfach in der Mitte ein, kommst irgendwo raus und jetzt kannst du den Faden entweder abschneiden oder du machst einen kleinen Knoten rein, so wie ich, schneidest einen kleinen Teil davon ab und steckst den Knoten einfach in die Figur rein. Und dann haben wir schon mal das und da du jetzt weißt, wie alles funktioniert, schreibe ich dir an die Seite, wie du die Ohren häkelst und dann kannst du noch ein bisschen rosa in die Ohren sticken, wenn du möchtest. Ich gehe dafür mit einem rosanen Faden von innen nach außen, gehe ein bisschen runter, gehe dann wieder hoch, komme genau da raus, wo ich als erstes rausgekommen bin, gehe dann nochmal runter, komme wieder oben raus und ziehe den Faden an und dann mache ich das ein letztes Mal und dann belasse ich es auch dabei und mache einen kleinen Knoten rein mit den beiden Seiten da unten und das ist auch schon das. Und dann können wir die Ohren schon mal annähen und du steckst sie dir da fest, wo du sie haben möchtest und dann stichst du einfach in die Figur ein, ziehst den Faden fest. Dann gehst du in die nächste Masche ans Ohr, durch die Figur und ziehst den Faden fest. Nächste Masche am Ohr, durch die Figur, Faden festziehen. Und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. und wenn du drumherum bist, dann kannst du den Faden einfach irgendwo durchstechen, machst wieder einen kleinen Knoten rein, wenn du magst und kannst du den Faden einfach abschneiden und den Knoten in die Figur stecken. Dann machen wir noch den Mund und dafür stichst du mit einem schwarzen Faden ein, irgendwo, kommst daraus, wo du den Mund haben möchtest, gehst ein bisschen zur Seite, guckst vielleicht erstmal, wie du das haben möchtest. Ich benutze nur eine Masche, gehe direkt da runter, wo ich dann möchte, dass es so gebogen ist, hole mir dann den Faden von oben und gehe wieder rein und komme da wieder raus, wo ich das erste Mal rausgekommen bin und das Gleiche mache ich dann nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, ich gucke wieder, wo ich das haben möchte, gehe eine Masche weiter, gehe direkt eine Masche runter, habe da den kleinen Strich, hole mir den runter und steche wieder da rein, wo ich rausgekommen bin und auch den Faden steche ich dann einfach irgendwo durch, mache einen kleinen Knoten und stecke den Knoten dann in die Figur. Dann mache ich dem Kätzchen noch ein kleines Näschen und dafür steche ich mit Rosa ein, komme genau über den Mund raus und dann gehe ich ein-, zweimal um diese Masche drumherum und dann steche ich auch den Faden wieder irgendwo durch, mache einen kleinen Knoten, stecke den Knoten in die Figur. Und das ist eigentlich auch schon alles und damit ist deine Bananenkatze fertig. Du kannst auch noch ein Pfötchen dahin machen, wie ich, aber ehrlich gesagt hat das keiner als Pfötchen erkannt, deswegen habe ich es weggelassen. Und ja, ich hoffe, die Anleitung hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.